Jetzt können jetzt kommen die ganzen Pisse, die ich bei meinen, ich kann nicht FIWA spielen. Ich hab gerade da eins geblieben. Was? Warte noch mal. Jetzt ist er Abseits. Warum war der Abseits? Kennst du Abseits nicht? Nee. Das hat man jetzt recht schön gesehen. Der war halt schon eine Weile erfahren wie die anderen Spieler. Das erklärt er noch. Ach, dies. Abseits muss man schon gehen, als Fußballer. Ah, ja. Jetzt zeig ich. Es war so klar, dass das jetzt... Er spielt mit Bayern. Wer bist du? Paris. Ja. Und da ist der Ball wieder bei PSG. Ja. Ganz alleine. Schuss. Mach ich was schießt an den Ausland? Da war die Schuss natürlich da. Kurz Ecke. Danke. Sag die kurze Variante. Danke. Ja, kommt. Und? Ah, kann auch nicht. Super Aktion, gut geklärt. Doch, der wäre da gestanden, neben dem der Kippe da. Ich muss aufpassen, ich bin offen wie ein Schönen Tor. Abseits, hast du gesehen? Ja, weil... Er pfeift es nicht. Doch, er pfeift es. Hast du gesehen? Bei der Ballabgabe war der Spieler weiter wie alle anderen. Und der war weiter wie ein... Genau, das ist Abseits. Du musst immer aufpassen, das gibt es bei euch noch nicht, oder? Nein. Bei uns wäre ne... Oida. Ja, sowas mag ich mir auch gerne. Oida! Anders die Skills! Und... Oh! Scheiß... Scheißschuss! Boateng... Goretzka! Goretzka! Alfonso Davies! Ist verletzt! Der Goretzka! Nein, der Davies, der hat sich in Bänkel gerissen. Ah! Sonne! Goretzka! Goretzka! Was machen die? Was macht der Typ? Die spurt sich selber aus! Oh, war das Abseits? Ja, das ist Abseits. Ah, schön angefangen. Ich bin stark in der Abwehr mittlerweile. Flanke auf Müller! Oh! 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 Schau mal da! Oh, da ist stark von mir! Und... Oida! Nein! Muss los! Muss los! Oh, muss los! Warte, ich schau mal, wie ich mir rausziehe! Ist da noch jemand draußen, oder? Oh, ich bin vorne! Schau dir das so! Oh! Oh! Muss... Muss ich machen! Der muss da drin sein! Komm, mach das Tor! Mein Gott! Warum geht noch nicht hin? Geht nicht! Ah ja, ecke! Ich darf ein bisschen bleiben! Kein Problem! Der Torwart ist da, beim Eckball! Und? Sie müssen aufpassen, jetzt im Spielaufbau! Da geht sie klasse drauf! Jetzt haben sie den Ball! Jetzt habe ich den Schuss gedruckt, ich tepfe! Jetzt habe ich den letzten Mal gemacht! Oh, faul! Oh, Freistoß! Was habe ich jetzt da? Komm! Ja! So schaut es aus! Yes! Easy! Easy Upload! Zweite Spiel in Folge, ich habe mir entgewinnt, das war natürlich episch, oder? Das war stark gespielt von mir! Bist du da? Ja, er spielt mich aus! Stark! Bisschen hoch, ja! Und ja! Schuss! Malak! Fuck! Kann man noch mal anschauen? Ja, schön, mit dem Außenriss, eher eins! Schuss und eher eins! Außenriss! Ah, Innenriss! So, Schlenzer, weißt du schon! So, jetzt mag er nicht mehr, oder? Jetzt wird er dann gleich Rage gewinnen! Das weiß auch jeder! Er möchte mich befordern! Nein, er spielt nicht mehr! Die stangen alle rum! Ha! Oh, meis, das war nicht so gut! Oh, okay! Iyei! Ist aus, oder? Ich glaube, der Herrkei hat jetzt! Oh! Easy! 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 Nein, der hat das gesehen? Nein! Und das war auch Obsatz! Kurze! Kurz ausgeführt! Ja, und jetzt bringt... Brüner! Ballverlust, Sunny! Mit seinem Einsatz verhindert er, dass es uns vorgeht! Ja, der Bayern ist echt lost! Ja, das ist der Spieler, der Verein ist nicht lost! Ja, der Spieler ist lost! Ist immer der Sanne, gell? Was denn? Nein, der ist der, der jetzt auf der Online-Seite sitzt! Ja, kein Bock mehr! Weil er schon 2-0 hinten ist! So, jetzt gebe ich Gas! Und jetzt gehen sie über die Flügel! Schwing, 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 schwing! Boah! Bringt Flanke! Mais! Null, oder? Bringt Flanke! Bringt Flanke! Bringt Flanke! Ah, scheiße! Die Flanken sind auch so scheiße! Stark von mir! Probier es einmal! Da, probier es einfach mal! Wir haben einen! Schwing, schwing! Ring on! Vorne jetzt die Balleroberung! Und Schuss! Und Schuss! EIS! Fuck! Hätt's crossen müssen! Ja, ich weiß schon! Wenn's... 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 Wenn's geschossen hättest hätt... Alter, der hat überhaupt keine Chance nimmer! Gut aufgepasst vom Torhüter! Den Ball hat er! Alter, wenn... Wenn's geschossen hättest, wär er wahrscheinlich dring gewesen, glaube ich! Thomas Müller! Spielt er wieder! Baba! Baba! Hallo Grey Jenny! Monster Grey Jay von meiner Seite! Schwing, schwing, schwing! Bom! Ka-ching! Ja, ich bin mal raus hier, Kim! Da ist's doch lange! Ich bin mal raus hier, Luana! Oh, Scheisse! Sehr gutes Technik, das war wichtig! Hallo Hohohohohohohohohoh! Hups, genommen! Obseits, Scheisse! Nein! Brrr! Brrrr! Goretzka! Goretzka! Oh, den hab ich schon gehabt! Jetzt die Bayern im Angriff Super Zweikampf, den Ball hat er Es gibt eine Minute Nachspielzeit PSG über Außen, da ist Platz Flanke soll zu Icardi Das gibt's ja nicht Hand Schiri Hallo Schiri So, jetzt spielt er weiter Ich möchte es nochmal probieren Alter, hab ich doch schon gehabt Ich glaube ich nicht Voll in Zweikampf Kimmich Kimmich am Ball Oh stark Abseits Nein Achso, das ist unser Eck Neymar Neymar, was machst du? Ja, den drückt man Mein Gott, was tue ich? Ja Der sperrt mich doch, das gibt's doch nicht Ja Stark von mir Sané 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 Äh, schlecht Was ist auf dem Post, Saf? Ohohohoho Diese Borteng ist, äh, keine Ahnung Nur Müller Gnabry Gimmst den vorbei von mir So schaut's aus Ist dir was aufgefallen? Und da sechst du das Nein Legt das den Zweik Wo ist denn? Und nimmt dem Angreifer den Ball ab Sehr guter Einsatz Genau richtig geteilt Oh, Vorteil Darf keins mehr kriegen, das muss ja nicht ein Glas Stark von mir Ah, Torwart, Torwart Stark Und wirf nicht mehr hin Nice Na ja , was tut der? Nein, 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 nein 宅 Zauberkeeper, schöner keeper Stark Ah Gott Nein, Meister musste No Upseize so nicht freundchen wieder wenn der kinder komplett aus die maria Das ist der beste Mann! Den hol ich mal wieder! Was war in seiner Schuhe? Was war in seiner Schuhe? In seiner Klasse ist er positiver Heftig Geht's höher Schieß! Schieß! Nein! Papa Ah ja, passt Ja gut, da haben wir ja einen Fernschuss Komm! Woll ich mal, woll ich mal, woll ich mal Sehst du das? Jetzt pfeift er! So eine Frechheit Was möcht denn dir immer? Der spielt irgendein anderes Spiel Ich kann doch nicht mit dem Spielen jetzt Wie soll ich das gehen? Wie stellen Sie das denn vor? Verstehe ich nicht Ich darf kein Tor mehr kassieren Das weiß ja jeder Sag mal, hat der einen kompletten Batsch oder was? Schau jetzt gleich anders zusammen Ein bisschen Ja, den haben wir Aber du müssen noch keiner Ah, stark von mir Mbappé kommt Oida! Foul Jury Boah, Tengel, der ist so fies Ich kann keinen Freistoß schießen Ich kann einfach keinen Freistoß schießen Ich kann nicht gewinnen Ich kann nicht gewinnen Ich kann nicht gewinnen Ich kann nicht gewinnen Scheiße Denn es war auch abseits Nein, nein, es war keine Abseits Doch Nein, 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 es war keine Abseits Es war gleiche Höhe Das darfst du nie vergessen Oh, schöner Rückfahrt Oh, schau hin Und jetzt läuft er durch Ja, ha, ha, ha Und jetzt läuft der Schöchster Das gleiche Höhe Und nochmal Und jetzt hau ihn rein So macht man jetzt Leute Das ist mein bestes Spiel ever Das muss ich fast online stellen Eeeeeee Jetzt können jetzt kommen Die ganzen Pisse Die wo ich bei meinen Ich kann nicht Fiver spielen Ja, weil lange nicht mehr gespielt Das muss man auch sagen Aber jetzt bin ich wieder da Und zwar ganz stark Früher war der Beste im Landkreis Das weiß ja jeder Ja, schau sie Naja, 4 Minuten Dann schüsse ich noch eins Wenn sie pressiert Da holen wir uns den Ball Ja, schön Ja, die können nicht mehr Nein, die können nicht mehr Schau hin Was? Hältst du das? Die können nicht mehr Hell, abseits Oh! Nein, holen wir uns Das ist nicht mehr gefährlich Gute Gelegenheit Schön gemacht Ja, dann soll ich aber eins schießen Meine Fresse Ich hab jetzt den an Oder wir haben uns geschossen Lägerlich der Typ Zumindest fällt die Mannschaft hier nicht vollständig auseinander Aber wir sehen es hier nochmal Der Grund für den Treffer war Der enorme Druck, den sie gemacht haben Und dann fällt das Tor Da sehen wir die Tafel Eine Minute wird nachgespielt Mit einem Ohren schießen Mit einem Ohren schießen Jetzt vielleicht die Flanke Jetzt vielleicht die Flanke Tschüss, mein Ohren Oh! 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 Fuck! Aus es Oh!